so hallo liebe follower wir haben heute ein ganz tolles neues video für euch denn wisst ihr was wir machen was machen wir fahren quad und heute fahren wir mal richtig schön durchs gelände durch pfützen und wir fahren ein bisschen berg hoch und alles im wald wir haben nämlich richtig klasse strecken das machen wir mit eilrad und ohne viel spaß bei dem video wünschen euch daniel und ja Das ist es! 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 Wohohoho! Ja, das ist! Hoppy! Haha! Oh shit! The안 ist das! Ein Rad musst du anmachen. Was? Du musst ein Rad anmachen. Ein Rad an. Du bist verrückt. Oh, du bist verrückt. Shit. Kein Problem. Ach du Scheiße. Kein Problem, mon influencers. Ah, shit. Oh, gueule. Kein Problem von Mission. Oh, nie problem. Meg da Ja, ich habe es! Juhu! Ich habe es in den Allrad, aber unbedingt! Krass! Also nicht mit einer Hand! Krass! Weiß ich nicht! Also das muss ich nicht! Ja, 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 ja! Ich muss das hier oben bereiten! Schön fest! Ja? Das hat eine Steigung von, ich sage mal, 50 Prozent! Es ist überhaupt kein Problem für diesen Scheißquatt, Alter! Es ist überhaupt kein Problem! Das ist doch ein Problem! Vielen Dank.